Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde, aber auch feinen Runde von Star Wars. Ja, im letzten Part sind wir auf einen neuen Planeten angekommen und haben regelrecht gegen die... Söldner, verdammter Mist! Der Wachtruhe... Na toll. Verloren. Wir haben ver... Wir könnten ihnen den Zabrack übergeben. Und... Wer denkt ihr... Gutes Argument. So, das haben wir alle schon das letzte Mal gehabt und wir wissen, dass wir auf jeden Fall... Ach ja, stimmt, ich muss ja die rechte... Wie war das nochmal? Ich habe ja eine neue Einstellung, damit das nicht mehr mit diesen... Da... Da, da, da. Was ist überhaupt ein Starr, ich muss mich verraten. ich habe gerade meine maus nicht gesehen das ist der action in dieser action geladenen sequenz nicht zu sehen tschuldigung ich will wie gesagt immer noch erkältet leider 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 aber es geht mir schon viel besser als am freitag ja was machen wir denn jetzt habe ich überhaupt benutzt war ja wir haben medikets ich glaube nur noch eine aber so besiegt was für ein kampf ich bin anscheinend aus dem spiel erstmal geflogen bei wieder ich hoffe die aufgabe läuft doch so ja das ist der einzige nachteil den ich jetzt habe die er auch besiegt was ist hier los was ist mit diesen typen den kaputt er steht wieder wie eine 1 habe ich nicht so ein angriff verstärker bevor wir in diesen kampf eingehen ja das war aber wieder klar dieser typ die nur dieser typ mit diesem schutzschild ist echt ne er ist die katastrophe ist habe ich nicht irgendwie was was ich damals auch gegen die joker corporation eingesetzt habe so ein item ich weiß nicht mehr was was ich damals benutze habe ich glaube ich habe davon alles alles benutzt was soll ich tun oder wir lassen den erst mal kommen wir haben vermutlich durch die maps leidet ja ich bin leider aber so versucht den anderen typen dazu abdeckung zwar über tschuldigung aber der liegt mir ständig hier aus dem spiel das geht ja gar nicht ich glaube ich werde ich bin als ich echt scheiße ist dass das war nur ein medikit pro kampf verwenden kann spiel warum fliegst du denn ständig aus und ach ja ich habe ich habe sich richtig eingestellt stimmen hallo 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 es ist ein dämliches schutzfeld weg oder oder ohne der eine ist besiegt wort was ist mit ihnen jetzt passiert aber doch seine teamkameraden umändern der bringt ja gar nichts geht das kann man noch mal sein team umändern da können wir noch jemanden dazu beordern der ist ja echt schlecht tschuldigung wenn ich das so sage aber er ist auf dem gleichen level oh was ist das über ein bewusster asyl ist Aber andere Möglichkeiten, wie habe ich denn das letzte Mal das geschafft? Also einen haben wir ja davon schon mal besiegt. Das ist klar. Wird vielleicht die Waffen nicht so gut ausgewählt. Wir ändern das mal. Diese Waffen sind ein bisschen schlechter. Was bedeutet denn das da unten? Also ich versuche es mit den etwas stärkeren Waffen hier. Ja, und die haben jetzt andere Waffen. Mal gucken, ob das was nützt. Ei, 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 ei. Ich mache das irgendwie in letzter Zeit verhäufig. Ei, 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 ei. So. Ja. Danke, Spiel, dass du mich wieder mal... Der Wach-Druide muss uns geortet haben. Gut. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache mal kurz hier den Speicherpunkt auf. Dann müssen wir im Falle einer Niederlage nicht ständig diesen dämlichen Monolog hören. So, ich glaube, ich mache jetzt das gleiche nochmal. Ich versuche einen von den ersten... Also ich versuche die erstmal abzulenken. Genau. Oh, komm schon. Warum geht denn das immer durch den Rechtsklick weg? Ich kapriere das nicht. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Ihr Wach-Druide solltet es ja so. Oh, was? Der eine ist von ihm über? Ich habe noch mehr davon im Angebot. Wie gefällt euch das? Sag einfach Bescheid. So, das war es gleich mit denen. Okay, das war es eher mit... Was ist los? Was ist los, Trainer? Der Trainer hat noch keine Befehle erteilt. Oh, du bist so ein Noob. Du bist so ein Noob. Okay, jetzt mache ich mal die anderen, äh... Vielleicht sind das die Treffergenauigkeiten. Ich weiß es nicht. Also das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Der eine war schnell hinüber. Jetzt nehme ich mal das mit der... Aber nicht noch irgendwelche andere Waffen? Okay, gut, da kann ich nichts anderes einsetzen. Ich hätte mir, glaube ich, bessere Waffen zu legen sollen. Ja, okay. Also Antidot-Koffer verteilt verschiedene Hypo-Spray-Injektoren mit einem wirkungsvollen Breitband-Antidot um alle bekannten Gipte zu neutralisieren. Geschwächte Attribute werden wiederhergestellt und fortschreitende Schädigungen gestoppt. Bereits erlittener Schaden muss auf eine andere Art geheilt werden. Hä? Hat man vielleicht aber auch nicht die richtige Rüstung an. Wo ist überhaupt die andere Rüstung? Ach ja, ich habe ja einiges verkauft, ja. Das ist das Gleiche. Äh... Gut, das hilft uns jetzt im Kampf nicht weiter. Ja. Oder maximal. Kann man ständig ausbauen. In diesem Fall muss die ganze Einheit ausgetauscht werden. Aha, 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 aha. Ja, eigentlich ist das alles hier optimal, was ich habe. Warte mal, Adrenalin-Verstärker. Ich mache mal das hier. So, meine Damen und Herren. Modifizierter Blaster. 4 bis 9 ist der beste und der hier macht gerade 4 bis 7 Wassergewehr probieren wir es aus probieren wir es doch mal aus warum gehst du schon in was ist los mit dir ich habe noch mehr von dem angeboten ich habe noch mehr von dem angeboten